Ach, ist das ein netter Ort. Unfassbar. Ich bin erst seit ein paar Tagen hier, aber genau so lange ist die Ampel da schon kaputt. Naja, offensichtlich kommen ja auch nicht gerade viele Autos vorbei. Ich glaube, das ist Vollerswagen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich mit Autos auskennen und in Entzückung geraten, wenn sie einen Klassiker sehen. Vorausgesetzt, das Ding ist überhaupt ein Klassiker. Hm, keine Ahnung. Ähm, Abholschein. Ein Abholschein für ein Paket. Unten am Hafen gibt es so einen kleinen Laden, der nimmt für alle hier die Pakete an. Dort bekomme ich Vollers Lieferung, wenn ich den Zettel abgebe. Und hier ist noch ein Brief für Mrs. Byber. Ein Brief von Fuller. Ich soll ihn bei Mrs. Byber im Diner abgeben. Sie arbeitet dort hinterm Tresen. Auf den Umschlag ist Mrs. Byber gekritzelt. Der Brief ist zugeklebt und ich kann ihn nicht unbemerkt öffnen. Und ich sollte es auch nicht tun. Ich habe keine Lust auf Nahrung. Es könnte ein Liebesbrief sein. Naja gut, gehen wir Richtung Hafenpromenade. Darin, etwas schneller. Du musst das alles abliefern. Oh. Ein Doppelklick auf interaktive Spielelemente löst unmittelbar die entsprechende Aktion aus. Ähm. Hier können wir übrigens jetzt die verschiedenen Orte von Biddeford sehen. Wir haben hier einmal die Hafenpromenade. Hier haben wir dann einmal die beiden Geschäfte. Und ihr seht hier, dass wir auch noch drei, vier andere Orte bereisen werden, die dann noch dazu kommen. Aber erstmal sind wir hier jetzt bei diesem Souvenirladen. Post Office sehen wir hier auch. Dem gehört der Cabrio. Ziemlich unsinnig, hier in Maine ein Cabrio zu fahren. Aber darauf kommt es vermutlich sowieso nicht an. Es war teuer und das zählt. Genau. Ein Rettungsring. Früher wurden hier in dieser Gegend häufig Schiffe von Piraten auf die Felsen gelockt. Sie zündeten falsche Leuchtfeuer an und nachdem die Schiffe an den Felsen zerschellt waren, ruderten sie hinaus und retteten die Ladung. Interessant. Wer sind diese Leute hier vorne? Wir haben eine junge Frau. Und hier haben wir den Ozean. Heute gibt es kaum Wellen. Kein Wunder. Schönes Wetter, kaum Wind. Und Poller natürlich. Biddeford ist nicht wirklich eine Hafenstadt. Dennoch gibt es ja massig Boote. Vor allem Segelschiffe. Da hinten hört der Hafen auf und die natürliche Küste beginnt. Dort gibt es über viele Meilen vereinzelte Häuser. Häufig Pensionen und Hotels mit Meerblick. Okay, eigentlich ganz nett, wenn man das mal so hört. Metallstange. Eine glatte Metallstange. Sie ist aus dem Geländer rausgebrochen. Na ne, mit Junge. Den kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Sie ist ziemlich schwer. Ist ja auch eine Metallstange. Eine junge Frau. Sieht traurig aus. Sie ist Fuller begegnet. Alles okay? Nein, eigentlich nicht. Ähm. Carrie ist hier gestorben. Vor zwei Jahren. Sie war meine beste Freundin. Oh, das tut mir leid. Wie ist das denn passiert? Du bist wohl nicht von hier. Nein, aus Boston. Ich verbringe die Semesterferien bei meiner Mutter. Nun ja, Carrie hat sich umgebracht. Keiner weiß warum. Sie war bei allen beliebt, intelligent und immer fröhlich. Ich glaube, beim alten Fuller im Schaufenster steht noch ein Foto von ihr. Die junge Frau mit den dunklen Haaren und den grünen Augen. Alles klar. Ja, das Bild kenne ich. Wirklich eine hübsche Frau. Sie hatte noch so viele Pläne. Nach dem Studium wollte sie mit ihrem Mann Jason hier in Biddeford einen Kindergarten eröffnen. Ich verstehe es einfach nicht. Von einem Tag auf den anderen hat sie sich komplett verändert. Zog sich völlig in sich zurück. Oft war sie deprimiert und melancholisch. Niemand kam mehr an sie heran. Ich, dein Mann, Jason. Dabei liebten sie sich über alles. Irgendwann hat sie sich dann einfach ins Meer gestürzt. Und niemand weiß warum? Niemand. Jason ist wohl auch nie darüber hinweg gekommen. Er konnte ihr nicht helfen. Hat dann ein paar Monate später dieses hirnlose Klatschweib mit dem Cabrio geheiratet. Sicher auch nur, weil er sich so einsam fühlte. Mit Liebe hat das jedenfalls nichts zu tun. Er muss sich wirklich sehr einsam gefühlt haben. Ich wäre jetzt gern wieder allein. Klar. Entschuldigung. Darren kann ja auch nett sein. Unglaublich. Aber da haben wir doch unser erstes Mysterium. Und das so weit weg von Black Mirror. Hier ist also auch etwas geschehen. Ein vermeintlicher Selbstmord. Der aber nicht zu der Person passt. Also könnte irgendwas mit Fuller eventuell zu tun haben. Vielleicht wurde die Kleine irgendwie erpresst von ihm oder so. Kann ja sein. Schauen wir uns mal den Souvenirladen an. Eigentlich kann man in dem Laden nur Touristen-Nap kaufen. Aber die Post liefert auch die Pakete für die Nachbarschaft ja. Okay. Dann gehen wir mal rein. Hier müsste ja diese Mrs. Byber sein, oder? Und dann sage ich so zu ihm, Jason, ich brauche dringend ein neues Auto. Ach, und dann? Tja, und was soll ich dir sagen? Draußen steht's. Ist nicht dein Ernst. Doch, ein Cabriolet-Bildschön. Das musst du mir unbedingt nachher mal zeigen. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Okay, Rosie und Kundin. Mrs. Byber. Unglaublich. Und was hat er gemacht? Tja, hat sie einfach sitzen lassen. Jetzt weiß ich, warum mir das Spiel vorschlägt, ohne Thron zu spielen. Ich hab dir ja noch gar nicht alles erzählt. Die Uhr muss kaputt sein. Da gibt's doch mehr. In Wirklichkeit ist es schon 5 vor 12. Also, pass auf. Geiler Kommentar. Ein Ständer mit zig Reiseführern. Neu-England, Quebec, England und Wales, die Niederlande, Nationalparks der USA, die Toskana, Hongkong und so weiter und so fort. Hab ich auch in meinem Laden. Nichts besonderes. Sieht aus wie mein neues Cabriolet. Ein Sessel. Sieht nicht unbequem aus. Aber wer will sich schon bei der reißenden Rosie in den Laden sehnen? Ich hab ja gleich Mittagspause. Das Steuerrad eines alten Schiffes. Es soll wohl maritimen Charme versprühen. Ich will diesen Spielautomaten hier. Und was sagt dein Jason dazu? Formulare. Der weiß es noch gar nicht. Na, du bist mir ja alle. Alle möglichen Formulare. Müllentsorgung, Sperrmüll, Telefonummeldung. Hier ist ein Formular vom Komitee. Unsere Stadt soll schöner werden. Da ist meine Mama im Vorstand. Man soll wohl Anregungen einschicken, was man in der Stadt verbessern könnte. Hm. Ich hab da schon einige Vorschläge. Du stehst ganz draußen vor dem Laden. Oh, da können wir gleich in der Mittagspause losdüsen. Großer Frühjahrsbazar. Hits a go-go. Oh, tanzen bis der Arzt kommt im Gesundheitszentrum. Nicht die Schwester, die Cousine von Lohi ist da. Ich dachte, die wäre... Das andere sind Kleinanzeigen. Hier verkaufen die Einwohner ihren Krempel, den sie nicht mehr brauchen. Rasenmäher, Kinderbetten, Plattenspieler. Ich verzichte. Nichts, was wir gebrauchen können. Was ist denn mit diesen Andenken hier? Kaffeebecher, kleine Leuchttürme, Plaketten, Miniaturrettungsringe mit der Aufschrift Biddeford, Plastikhummer, Porzellanhummer, Holzhummer, Metallhummer? Ja, das mach ich auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, die beiden sind in der Endlosschleife in irgendeiner Art und Weise gefangen. Und das bei diesem Wetter. Die werden sich einfach immer wieder über dasselbe unterhalten. Ob sich Mrs. Oberflächlich mit Engels auskennt? Oder ob sie auf der Warnung steht? Na, das haben wir auch nicht besser verdient. Ernsthaft, was sollte ich mit ihr besprechen? Ob sich Mrs. Oberflächlich mit Engels auskennt? Vielleicht eine Immobilienmaklerin? Ja, also pass auf. Oder sie ist hauptberuflich Ehefrau. Klingt zumindest so. Ohohoho. Na geil. Da liegen einige Papiere, irgendwelche Formulare und ein Glock mit Blanko-Abholscheinen. Was war jetzt mit deinem neuen Auto? Ich könnte mir vorstellen, die bezaubernde Rosie hätte etwas dagegen, wenn ich mir hier Blanko-Abholscheine klaue. Du hast es dir verdient. Okay, wir müssen also irgendwie in irgendeiner Art und Weise diese Kundin hier herauslocken. Wir müssen irgendetwas mit ihrem Auto machen, würde ich mal sagen. Die Frau ist übrigens weg hier. Das ist das Auto dieser Klatschtante aus dem Laden. Hm, das könnte mir helfen. Handbremse lösen oder was? Äh, das ist eine gute Idee. Oh, mein Cabriolet. Dein neues Cabrio. Ah, mit dem Mauscursor können wir so ein bisschen was durchschalten, brauchen wir aber gerade nicht. So, jetzt können wir endlich mit ihr reden. Nanu, bin ich etwa schon dran? Geht ja rasant voran hier. Was willst du? Ich soll für Fuller vom Fotostudio etwas abholen. Abholschein. Sind hier alle Leute in diesem Ort so freundlich? Warum kommen überhaupt noch Touristen her? Das hier ist das Richtige. Hast du noch einen anderen Zettel? Ist noch ein Paket für einen alten Fuller hier. Ach, leider nicht. Kann ich es so mitnehmen? Bei freundlicher Kundschaft drücke ich da schon mal ein Auge zu. Mir geben Sie es also nicht? Gott, nein. Pfff. Hallo, Rosie. Fleißig am Arbeiten? Was willst du? Ich will mich unterhalten. Über Angelina. Hier läuft eine auffallend hübsche junge Dame durch die Gegend. Kennen Sie die? Hast einen Blick auf sie geworfen, was? Kennen Sie sie? Kennen ist zu viel gesagt. Kam hier rein und hat nach einem Fotostudio gefragt. Ich habe sie zu Fuller geschickt. Sie war etwas unfreundlich. Hat mich und meine Freundin im Gespräch unterbrochen. Das ist ja unfassbar. Ja, das wird den Wissen in der Zeitung hier stehen. Im Biddeforder Klatschblatt. Ähm, Biddeforder Botenbimbel. Ja, genau so heißt das Blatt. Kennen Sie Eddie vom Trödelladen? Aber sicher. Ich kenne so ziemlich jeden hier. Was ist mit dem? Ist ein Junggeselle. War auch nie verheiratet, soweit ich weiß. Aber wer würde es auch schon lange mit dem aushalten? Diese ständigen Kriegsgeschichten. Kannst du dir das vorstellen? Ist er wirklich blind? Ich habe noch nichts anderes gehört. Wetten würde ich aber nicht drauf. Er ist ein Schlitzohr. Vielleicht will er mit seiner Behinderung auch nur ein paar Dollar mehr machen. Und dann will er nur zwei Dollar für einen Seitenschneider. Halte ich irgendwie für unwahrscheinlich. Ähm, wir wissen aber jetzt, dass das von Angelina keine Masche war, sondern dass sie wirklich gezielt zu einem Fotostudio gekommen ist. Hätte ja sein können, dass sie das nur macht, um zum Beispiel Darren, ähm, kennenzulernen, weil sie, weil er ihr aufgefallen ist. Ist vielleicht ein Paket für mich hier? Darren Michaels? Äh. Die gute Rosie hat nichts bemerkt. Und ich bin stolzer Besitzer eines Blanko-Abholscheins. Nee, nichts da. Und jetzt können wir nämlich gucken, dass wir da was ausfüllen. Mit Fuller. Und dann an das andere Paket kommen. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Was hat eine wie Sie hierher nach Biddefort verschlagen? Eine wie mich? Du meinst eine Dicke in einem Staat voller Fitnesswütiger? Wir haben mal so einen kleinen Asozialen hier. Nein. Ich meinte, warum jemand so unfreundlich ist, ausgerechnet im Touristenshop der Stadt arbeitet. Du bist auch nicht gerade in der Ausgeburt von Höflichkeit, mein Kleiner. Ich arbeite auch nicht im Touristenshop. Ich bin in New Jersey aufgewachsen. Mein Vater meinte, die Nachbarschaft wäre nichts für mich und meine Geschwister. Also hat er einen Job in der Papierfabrik angenommen und uns alle hierher verschleppt. Zufrieden? Und einen Job als Trucker oder Bauarbeiter konnten sie nicht mehr... Du solltest dich nicht mit mir anlegen. Ich kämpfe in einer anderen Gewichtsklasse als du. Ganz unbestritten. Ach, die ist doch gar nicht dick. Aber warum sind die alle so nett zueinander? Das ist eine amerikanische... Weiß ich nicht. Frostines. Amerikanische Kälte. Kein Vergleich zu Juliet. Mit der kann man sich wenigstens ausgiebig unterhalten. Jason hat so ein Glück, dass er sie jetzt hat. Das war doch kein Leben für so einen wie Jason mit so einem Klotz am Bein. Jetzt kann er sich endlich ausleben. Na, so ein Glück. War ganz unter uns. Man soll ja nicht schlecht über die Toten reden, aber Carrie war schon immer irgendwie komisch. Ah ja. Danke. Ja, ja. So sollte man nicht über Tote reden. Aber okay. Gehen wir erstmal wieder zurück. Wir haben ja jetzt genau das, was wir wollten. Hallo? Fängt die jetzt ernsthaft an, ihren Wagen zu polieren? Alter Schwede, ey. Man kann es auch übertreiben. So. Wir müssen jetzt allerdings noch eine weitere Sache machen. Wir können ja mal in unserem Tagebuch gucken. Und zwar... Was ein Morgen. Ich habe gerade die unglaublichste Frau getroffen. Angelina. Es war so kitschig. Wie in einem schlechten Film. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Ich war nervös. Verdammt. Ich glaube, ich bin sogar rot geworden. Unglaublich. So etwas ist mir noch nie passiert. So. Unsere Aufgaben. Das haben wir alles erledigt. Full hat mir einen Brief für Mrs. Byber gegeben. Was hat sich denn mit dem zu tun? Bybers Diner. Ich würde mal sagen, wir gehen zu Richtung Hauptplatz. Der Steiner müsste dann dort sein. Yep. Das sieht sehr danach aus. Und auch hier ist ja total wenig los. Also keine Ahnung, wo die mit den Touristen hinwollen. Das ist das Rathaus. Das ist wieder ein Cabriolet. Okay. Ich finde viele Gebäude hier im Zentrum recht groß und protzig für so eine kleine Stadt. Besonders das Rathaus. Früher muss die Stadt mal sehr wohlhabend gewesen sein. Vielleicht wurde erfolgreich Walfang betrieben. Oder sie haben wie wir in Boston ihr Geld im 19. Jahrhundert mit dem Verkauf von Eis gemacht. Neu England Eis wurde in die ganze Welt verschifft, bevor es Kühlschränke gab. Krass. Eine Statue. Jebediah Biddeford oder so jemand. Vermutlich. Ernsthaft? Keine Ahnung, wer das ist. Der Staatsgründer? Ein Bürgermeister? Ein Stifter? Was weiß ich. Jebediah Biddeford. Cabrio. Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Besonders Europäer verwechseln Neu England gerne mit Kalifornien. Und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Was haben wir denn hier? Ach, hier ist Bybers Diner. Sehr gut. Dann gehen wir doch mal direkt da rein. Und liefern das Paket ab. Kaugummi-Automat. Hello. So einen alten Kaugummi-Automaten hab ich ja ewig nicht mehr gesehen. Gehört wohl zum Diner. Die fahren da drin auch die Nostalgieschiene. Hm. Nein, wirklich nicht. Sicher? Ja, tatsächlich. Lichterkette. Gott bless America. Eine rot-weiß-blaue Lichterkette. Wie hübsch. Was auch sonst, oder? Burger, Pommes und Getränke. Was braucht man mehr? Im Leben nicht mehr viel. Das Diner wird von Mrs. und Mr. Byber geführt. Ganz in Ordnung, der Laden. Ist aufgezogen wie ein 50er Jahre Diner. Na ja, zumindest was man sich heute darunter vorstellt. Ansonsten haben wir hier noch eine Mülltonne. Gott bless America. Gott bless America. Okay, momentan sagt er da noch nicht mehr zu. Aber irgendetwas kommt da mit der Lichterkette noch. Die meiste Zeit des Jahres kann man hier mit einem offenen Wagen nichts anfangen. Lege bitte fort, nicht am Meer, wären hier meistens Schneeketten angebracht. Was ist in der Mülltonne? Bezaubernd. Das ist stinkender Müll und ich habe kein gesteigertes Interesse daran. Nicht merkwürdig. Kein sonderlich angenehmer Geruch. Die Mülltonne gehört zum Diner. Da dürfte einiges an Essensresten anfallen. Ja, davon kannst du auf jeden Fall ausgehen. Okay, gehen wir mal zum Diner. Ja, einfach die Straße runter. Danke sehr. Leute gibt's. Das war wirklich ein bisschen merkwürdig. Der sah ein bisschen düster aus und dem gehört wahrscheinlich das Auto. Die Straße runter. Arzt. Ein Mann in einem weißen Kittel. Mitte 40 würde ich schätzen. Könnte Arzt sein. Ja, wie kommst du denn darauf, Darren? Ein Mann in einem weißen Kittel. Ein Mann in einem weißen Kittel. Okay, ein Arzt. Äh, ein Bullauge. Sollen wohl sowas wie Bullaugen darstellen. In Wahrheit sind es verglaste Schaukästen. Na, so ein Trick aber auch. Ein großer, hässlicher Plastikhummer. Nicht gerade appetitanregend. Na, das ist ja irgendwie wie so das Wahrzeichen oder so. Der Elch ist das Nationaltier hier. Aber gleich dahinter kommt der Hummer. Was wäre eine 50er Jahre Kneipe ohne Jukebox? Ich kann nur mit dieser heile Welt und was sind wir nicht alle gut drauf Musik nicht viel anfangen. Ja. Wäre da was von Pearl Jam drin, würde ich mir den Spaß erlauben. Aber Buddy Holly schockt nicht. Lassen wir die Musik einfach mal so wie sie ist. Essig. Ketchup, Senf, Mayonnaise, Salz, Pfeffer, Sirup, Zucker. Hm. Und eine Flasche Essig. Warum nehmen wir den jetzt genau mit? Es ist nicht mehr viel drin. Vermutlich wird sie niemand vermissen. Ich frage mich halt jetzt in diesem Moment, haben die irgendwie... Weiß ich nicht. Das ist doch irgendwie merkwürdig, oder? Dass die einfach alles einstecken. Metallschilder. Die Spezialität sind natürlich Hummer. Wie überall hier in der Gegend. Ich muss gestehen, dass sie ziemlich lecker sind. Hier gibt es alles, was man in einem Diner erwarten würde. Vom Frühstück, Lunch, Kuchen bis hin zum Dinner. Und es ist always fresh. In der Küche arbeiten zwei oder drei Leute, wie es scheint. Einer davon ist Mr. Byber. Mrs. Byber ist hier draußen ganz allein. Ich glaube, sie muss ziemlich schuften. Ach gut, also so viele Tische gibt es hier ja offenbar auch nicht. Von daher wird das wohl gehen. Ich nehme mir etwas Brot mit. Mrs. Byber wird wohl nichts dagegen haben. Das ist doch kein... Das ist doch keine Scheibe Brot. Das... Das ist... Guckt euch mal an, das ist ein... Weiß ich nicht. Ein Lappenbrot. Gigantisch. Das ist Mrs. Byber, glaube ich. So viel ich weiß, führt sie diesen Laden zusammen mit ihrem Mann. Ähm, Entschuldigung. Was darf ich dir bringen, Junge? Eigentlich soll ich Ihnen etwas bringen. Ist von Fuller. Vom Fotostudio. Schst. Los. Komm rüber. What? Was ist mit Fuller? Ich kann mir denken, worum es geht. Der alte Dreckskerl. Ich hätte es wissen müssen. Ungeziefer wird man so schnell ich wieder los. Sag ihm, ich... Ähm, sagen Sie es ihm am besten selbst, was immer Sie... Claire, was gibt's da zu reden? Warum lässt du unsere Gäste warten? Verschwinde. Und sagt einem Boss, er soll zur Hölle fahren. Wow. Was zum Teufel war das denn? Sie scheint kein Fan von Fuller zu sein, so viel ist klar. Und der Typ in der Küche sollte nicht sehen, dass sie Post bekommen hat. Also fassen wir mal eins und eins zusammen. Ein mysteriöser Selbstmord vor zwei Jahren. Der irgendwie mit Fuller zu tun hat. Und Mrs. Byber kriegt Post von Fuller und sagte Ungeziefer. Und sie hätte es wissen müssen und man würde ihn nicht los. Also was immer er mit Carrie gemacht hat, zieht er jetzt vielleicht auch mit Mrs. Byber ab. Und das ist ziemlich bedenklich. Ich weiß nicht, ob der Laden läuft. Jedes Mal, wenn ich hier bin, sind zwar ein paar Leute da, aber ob das reicht? Reich wird man damit sicherlich nicht. Naja, wahrscheinlich hätte sie dann auch kein Diner mehr hier in Biddeford. Hallo Junge, du bist Darren Michaels, oder? Hä? Ja? Und Sie sind? Oh, entschuldige. Mein Name ist Newhouse. Ich bin Arzt im Gesundheitscenter. Im Gesundheitscenter? Sie meinen im Krankenhaus da draußen? Nun ja, wir nennen es das Biddeford Gesundheitscenter. Wir sind nicht nur ein Krankenhaus, bei uns gibt es auch Yoga-Kurse, Kochkurse und... Und was wollen Sie von mir? Ähm, ja, ich kenne deine Mutter Darren. Um genau zu sein, waren wir heute Morgen hier verabredet. Sie und ich. Wir wollten im Gesundheitscenter einige Bilder aufhängen, die deine Mutter gemalt hat. Ja, und? Sie... Sie ist nicht da. Und normalerweise ist sie ja immer... Sie ist ja immer so pünktlich, nicht wahr? So was kommt bei ihr nie vor. Ich hab gerade wenig Zeit. Ich werd Sie anrufen, okay? Sobald ich wieder im Laden bin, Doc. Vielleicht hat sie das Treffen nur vergessen. Wie du meinst. Aber eigentlich... Ich muss los. Ich ruf Marm nachher an und sage ihr, dass sie im... im Gesundheitscenter auf sie warten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Sehr merkwürdig. Irgendwie ist hier alles merkwürdig. Naja, okay. Gehen wir erstmal zur... Oh! Was soll ich sagen? Fuller ist ein Arsch. Mich bekommt er garantiert nicht wieder zu sehen. Darren, würdest du mir die Fotos ins Hotel bringen? Na klar. Gern. Danke, Darren. Das ist echt nett von dir. Ich wohne im Wild Coast. Zimmer 5. Kein Problem. Heute Nachmittag hast du sie. Danke. Mein Held. Also, bis später. Ach ja. Liebe muss so schön sein. Äh. Hm. Hm. Das ist der Typ aus dem Diner. Folgt der Angelina etwa? Hey, gleich hast du dir den Arsch weggeklotzt. Egal, was die Schlampe dir erzählt hat. Es ist alles erstunken und erlogen. Sicher. Abmarsch! Hast du das Paket? Ja. Mach schon. Gib her! Wie ist das Fotoshooting gelaufen? Ach, halt die Klappe! Ich mein nur, die junge Dame... Das Flittchen ist weg, okay? Kein Abschiedspussy für den kleinen Darren. Und jetzt an die Arbeit! Die Regale hier könnten mal abgestaubt werden. Und die Regenrinne ist undicht. Und du musst noch die Runde mit den Hunden von Mutter drehen. Geh nochmal zurück zur Poststelle und frag, ob schon neues Fotopapier angekommen ist. Der Postboot hat noch keinen Abholschein gebracht. Und der Laden könnte auch noch ausgefegt werden. Da hat jemand keine gute Laune. Angeknackstes Ego? Bravo, Angelina! Aber gut. Bevor ich mit dem ganzen Krempel anfange, rufe ich auf jeden Fall kurz bei Mom an und erinnere sie daran, dass sie die Bilder ins Krankenhaus bringen wollte. Und irgendwie muss ich an den Film kommen und Abzüge von Angelinas Bildern machen, ohne dass Fuller mich dabei erwischt. Ja, das könnte ein bisschen schwierig werden. Und ich würde übrigens auch mal was gegen das Brett hier machen. Ähm, Leuchttisch. Also wir haben jetzt eine ganze Menge neue Aufgaben dazu bekommen. Eigentlich müsste hier der Film da drin sein. Hm, können wir ins Hinterzimmer? Tatsächlich. Interessant. Schauen wir uns erstmal hier um. Hintertür... Ich sollte erstmal Mom anrufen und sie an den Termin mit dem Doc erinnern. Seltsam, dass sie sich noch nicht bei ihm gemeldet hat. Sie ist doch sonst immer so zuverlässig. Na, hoffentlich ist da nichts passiert. Nanu? Hm. Sie scheint gerade zu telefonieren. Was fällt dir ein, mein Telefon zu benutzen? Während der Arbeitszeit! Das werde ich dir alles von deinem... Ja, ja, schon klar. Ich wollte nur meine Mutter anrufen, aber es war besetzt. Der Anruf wird sie also nicht in den Ruin treiben. Ja, den ganzen Tag nur am Telefonieren, das Weib, was? Hat vorhin auch schon angerufen, als ich die Kleine geknipst hab. Pfff, irgendein Gefasel von einem Adrian und einem Spiegel. Ach, ich hab aufgelegt. Ich hab besseres zu tun, als mir solche Verrücktheiten anzuhören. Meine Mutter hat hier angerufen und unverständliches Zeug geredet? Wohl nicht mehr ganz fit im Kopf, das alte Fräulein, was? Wo willst du hin? Hey! Du hast noch nicht Pause! Gott sei Dank. Krankenwagen rufen in Doc. Richtig. Krankenwagen. Notruf? Ja, mein Name ist Darren Michaels. Ich habe gerade meine Mutter gefunden. Sie ist bewusstlos. Fünf Minuten später. Bringt sie ins Krankenhaus, aber sehr vorsichtig. Ich komme gleich mit meinem Wagen hinterher. Wie sieht's aus? Schwierig zu sagen, Darren. Sie muss wohl gestolpert sein und hat nun eine schwere Kopfverletzung. Wie schlimm es genau ist, kann ich erst im Krankenhaus feststellen. Aber wie kann sie so ungünstig fallen, dass sie... Dafür ist jetzt nicht die Zeit. Nimmt deine Mutter irgendwelche Medikamente? Ich weiß nicht. Sie hat immer eine Menge Schmerzmittel gehabt wegen ihres Rückens. Keine Ahnung. Such bitte alles zusammen, was nach Medikamenten aussieht und bring sie mir ins Krankenhaus. Wie sieht es mit Allergien aus? Nicht, dass ich wüsste. Hm, das reicht leider nicht. Könntest du die Nummer ihres Hausarztes rausbekommen? Vielleicht eine Krankengeschichte besorgen? Ja, ja. Werde ich suchen. Ich sehe sie im Krankenhaus. Sehr gut. Ach ja, wir bräuchten den Versicherungsschein deiner Mutter. Auch das. Beeilen Sie sich bitte. Oh Mann. Medikamente, die Krankengeschichte und einen Versicherungsschein. Ich beeile mich lieber. Okay, zu den ganzen seltsamen Geschichten und Ereignissen rund um Fuller haben wir jetzt auch noch einen seltsamen Fremden, der Angelina verfolgt, die ja auch nicht von hier ist. Und unsere Mutter faselt irgendetwas Wirres von einem Adrian und einem Spiegel, was verdammt nach dem Black Mirror klingt und wird daraufhin bewusstlos aufgefunden. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und was hier genau in Biddeford nicht stimmt, finden wir hoffentlich in einer der nächsten Folgen heraus, wenn ihr wieder einschaltet bei Let's Play Black Mirror 2. Denkt natürlich immer daran, I want you. For an adventure. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!